Meine Damen und Herren, so sehen Arbeiter aus. Hier wird nämlich gerade frisch am Werk gearbeitet. Hier bin ich nämlich unten in der Film-AG. Du hast gar nichts zu sagen. Wir sind schon auf Video, das können wir jetzt nicht bringen. Okay, herzlich willkommen. Unsere, wenn auch noch wenigen Abonnenten. Wir bauen gerade das Studio um, beziehungsweise sind gerade am Runterreißen der alten Tapete, die man schön sieht. Und um euch das mal zu demonstrieren, wir feuchten einen Lappen an, setzen einen anderen Lappen an, streichen über die feste Tapete und schwupps lässt sich das ganz leicht abziehen. Oder mit trockenen Stellen. Ja, also ihr merkt, es ist eine relativ anstrengende Arbeit, Tapete abzureißen, die sehr gut befestigt wurde. Aber wir sind dabei und ich denke mal, dass wir im nächsten Monat dann ein fertiges Studio haben werden, in unseren Wunschfarben. Mehr können wir dazu erstmal nicht sagen. Ah! Ah!